Jetzt das DKB-Tour des Monats wählen und gewinnen. DKB, die Hausbank im Internet. Es geht richtig rund in der Handballwelt. Die Saison geht in die heiße Phase. In der Champions League fallen Entscheidungen und das Rewe Final Four steht schon fast vor der Tür. Das heißt Hochphase für schöne Tore. Hier sind die besten sechs im März. In der Champions League gegen Flensburg zeigte Dominik Klein, dass er auch bei leichten Gleichgewichtsproblemen weiß, wo das Tor steht. Wenige Tage nach diesem Traumtor die Schockdiagnose Kreuzbandriss. Wir wünschen gute Besserung nach Kiel. Martin Stranowski vom HC Erlangen interpretiert den weitbeinigen Sprungwurf auf seine ganz eigene Weise und zieht in der Luft schneller ab als sein Schatten. Nils Dressrüsse im Tor ist chancenlos. Der dritte Treffer kommt aus Liga 2. Gil Pomeranz versucht es gar nicht erst auf normalem Wege. Er hebt ab, dreht sich um 90 Grad und verwandelt blind. Dieser kreative Lösungsansatz aus Großwallstadt muss unter die Top 6. Noch zwei Sekunden auf der Uhr, als Robert Weber den Ball in die Finger bekommt. Trotz deutlicher SCM-Führung setzt er zum Flug an und macht den Buzzerbieter klar. Tor 4 beim DKB, Tor des Monats, März. Top-Spiel, Top-Tor. Blindes Verständnis bei den Löwen und Andreas Palika kann im Kieler Tor nur noch staunen. Alexander Pettersson bekommt den Ball in der ganz heißen Spielphase von Uwe Gensheimer per Camperpass serviert und bringt ihn irgendwie noch im Tor unter. Auch in Liga 3 wird gezaubert. Moritz Barkow vom TUS-Ferndorf kompletiert unsere Auswahl mit dem Rückwärtsfallwurf vom Kreis. Tor 6 im März. Eröffne jetzt dein Konto unter dkb.de slash hbl und erhalte dein Lieblingsvereinstrikot als Direktprämie. Eröffne jetzt dein Konto unter dkb.de slash hbl